Yo Freunde, ich war auf jeden Fall die letzten Tage ein bisschen unterwegs und ihr wisst selber, immer wieder haben Kollegen für mich die Videos gemacht gehabt, das wird sich auf jeden Fall jetzt ändern, denn Alienware hat mir ein Laptop zukommen lassen, mit dem ich von überall aus einfach auf Ehrenmann Basis ein Shop-Video machen kann oder allgemein das Video machen kann, würde mich auf jeden Fall jetzt mega freuen, wenn ihr den anschließenden Clip euch anschaut, circa drei Minuten geht das Ganze, ich habe das Ganze geunboxt und habe halt darüber so ein cooles Video gemacht gehabt und es würde mich natürlich auch mega freuen, wenn ihr hier Alienware ein bisschen Liebe zeigen würdet, das macht ihr ganz easy, indem ihr auf den Link unten in der Videobeschreibung klickt, dann könnt ihr die Website euch anschauen, Allein, dass ihr es euch anschaut, ist Support genug, dass Alienware sieht, wie krass unsere Community ist und ich finde es auf jeden Fall mega cool, dass ihr das Ganze mir zukommen lassen habt, wie gesagt, der Clip geht jetzt circa drei Minuten und anschließend werde ich euch den neuen Shop zeigen, falls ihr keine Lust habt, könnt ihr natürlich direkt zum eigentlichen Video swipen, aber ansonsten würde es mich natürlich mega freuen, wie gesagt, wenn ihr euch das Ganze anschauen würdet und mich supporten würdet, genug gequatscht, starten wir mit dem Video So Leute, ganz kurz bevor das Video überhaupt anfängt, wollte ich mich bei Alienware bedanken, denn dieses Video ist unterstützt durch Alienware, sie haben mir auf jeden Fall den neuen M17 Laptop zukommen lassen, wie die ein oder anderen vielleicht von euch mitbekommen haben auf Instagram oder so, bin ich ja derzeit sehr aktiv am Start, bin sehr oft mal hier und da, muss immer 400 Kilometer mit dem Auto fahren und da haben sie mir jetzt so einen coolen Laptop zur Verfügung gestellt, jetzt kann ich das Ganze easy peasy machen, kann auf jeden Fall meine Videos ohne Probleme aufnehmen, während ich auf der Autobahn bin, kann ich die Videos schneiden und noch vieles mehr und da haben sie mir, wie gesagt, den M17 Laptop zukommen lassen, was mega krass ist, der hat auf jeden Fall einen neuen Prozessor drin, 16 GB RAM, eine 2080 ist dort verbaut, Freunde, es ist eine super krasse Akkuhaltezeit, das heißt, wenn ich im Auto drin bin, kann ich easy peasy schnibbeln, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit den Laptop aufladen muss, es gibt auf jeden Fall hier die Technologie von Tobi Eye Tracker drin, ihr kennt ja diese ganzen Eye Tracking Challenges, die kann man halt dann auch mit diesem Laptop machen und das ist so krass, Freunde, dass diese Technologie dort drin schon eingebaut worden ist und man kann halt wirklich, wenn man zocken möchte, auf dem Laptop mit bis zu 120 Hertz und 4K zocken, das heißt, wenn man wirklich im Fortnite drin ist und da eine richtig krasse Runde spielen möchte, ist das auch easy peasy möglich, außerdem, Freunde, wird hier auch das Ganze unterstützt durch G-Sync, also ist auch alles vorhanden, eine mega coole Sache hier von Alienware, wie gesagt, ich wollte mich auf jeden Fall hier bedanken, dass sie mir das Ganze zukommen lassen haben, doch hier an der Stelle würde ich sagen, dass ich jetzt hier ganz kurz und knackig mal dieses kleine Video einblende, was ich halt da zusammengeschnibbelt habe mit mega coolen Shots, finde ich auf jeden Fall mega cool, könnt ihr auch nochmal gerne eure Meinung runterschreiben und, Freunde, zeigt auf jeden Fall Alienware ein bisschen Liebe, geht auf denn ihre Seite, checkt das Ganze einfach mal aus, allein wenn ihr euch die Seite mal wenigstens anschaut, unterstützt das mich und natürlich würde sich auch Alienware darüber freuen, wenn ihr mal ihre Produkte abchecken könnt, hier an der Stelle aber genug gequatscht, kommen wir nochmal direkt zum coolen Clip, was ich für euch zusammengeschnibbelt habe. Was geht ab Leute, euer Flaps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video, heute stelle ich euch den Alienware Laptop vor, den sie mir zukommen lassen haben. Ich würde sagen, wir packen das ganze gute Stückchen hier einfach ganz easy peasy aus, ihr seht, es kommt schon in einer mega krassen Verpackung und direkt könnt ihr den babberhaften Laptop sehen. Sticht auf jeden Fall direkt ins Auge, 17 Zoll groß ist das ganze Stückchen und Leute, vertraut mir, 17 Zoll sind ein großes Stückchen, das ist nicht einfach mal so ganz easy peasy, ganz klein oder so, das ist ein riesengroßes Teil Leute und ist natürlich auch mega geil. Ihr könnt hier auch schon die rote Farbe sehen, die ist ultra krass und das ist halt mit so einem leichten Perleffekt, könnte man sagen. Ich zeige euch das ganze mal ganz kurz und knackig von hinten, wenn man das ganze hier aufklappt, dann könnt ihr auch hier hinten das Logo dann gleich leuchten sehen, das ist natürlich halt Alienware's Markenzeichen. Und wenn man sich halt direkt einloggt Freunde, ist man direkt im System, es geht halt direkt zur Sache, es fährt auch wirklich sehr sehr schnell hoch und ihr könnt das ganze hier erkennen, dass der Laptop hier ist natürlich noch eine RGB Beleuchtung auf der Tastatur, hier unten haben wir ein Alienware Symbol, ist auch ganz schlicht gehalten, ist an, aus, Taste könnte man schon sagen und an sich der Laptop ist mega krass. Das Ding ist Leute, in diesen Laptop passen so heftige Sachen rein, von denen habt ihr so noch nie mitbekommen, dass das in einen Laptop reinpasst. Hier ist ein i9 Prozessor drin, no joke, i9 Prozessor ist hier drin, wir haben eine RTX 2080 in dem Laptop und 16 GB RAM, das ist zu krass, mit dem Laptop könnt ihr so krasse Sachen machen, auch mega krass zocken und 17 Zoll sind heftig. Ihr könnt auch easy peasy eine Tastatur, eine Maus anschließen, könnt dann damit zocken, ist alles kein Problem und Leute, das anschließende Gameplay, was ihr jetzt hier sehen werdet in dem Video, das ist hier mit dem guten Stückchen hier aufgenommen worden und ich würde sagen, soviel zum Laptop, checkt natürlich gerne die Videobeschreibung aus, wenn ihr Interesse hier an dem Laptop habt, wäre eine mega geile Sache, ich verabschiede mich, Freunde. Was geht ab, Leute, euer Frapsys hier und zwar heute mit einem neuen Video, heute in dem Video zeige ich euch den Shop vom 21.03.2019. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier und checken mal ganz kurz und knackig den neuen Shop aus, ihr könnt schon sehen, es ist auf jeden Fall ein neuer Emote am Start, wir gehen mal direkt in den Itemstore. Oh, shit, okay, okay, by the way, warum hat das Ganze nicht geleckt, what the fuck, Leute, ich konnte einfach so direkt mal rüber switchen, krass. Na ja, auf jeden Fall haben wir heute natürlich die linke Seite, wir fangen mal mit der an, weil da gibt es heute nichts Neues, von gestern noch den Psyon Skin und noch Axiom, oder wie die heißen, ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt die Frau hier nicht so cool finde, aber der Mann sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, auch das Rückenaccessoire, ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber geht eigentlich in Ordnung, ich werde mir auf jeden Fall diesen Ehrenmann hier mal kaufen, ich finde ihn auf jeden Fall ganz cool. Dann, Leute, gehen wir mal weiter, wir haben hier noch eine Spitzhacke erhalten und zwar Psyonische Schneide, genau, ähm, ja, sieht jetzt nicht so cool aus, ich glaube, das werde ich mir jetzt nicht holen und wir haben hier nochmal Distruptor als Gleiter, Alter, der sieht übelst fresh aus, auch hier mit diesen Turbinen und so, also der wird sich hier erstmal gegönnt, nice Sache auf jeden Fall. Dann haben wir hier auf der linken Seite nochmal den Sanctum Charakter für 1500 V-Bucks, hier finde ich die Robe übelst fresh, aber den Skin an sich würde ich jetzt nicht so oft spielen, wir haben auch hier die Spitzhacke Mondaufgang, bei der finde ich cool, dass dort so ein cooler Rauch drumrum ist, ist gar nicht mal so schlecht, kann man sich auf jeden Fall geben. Dann haben wir heute den Rack Skin am Start für 2000 V-Bucks, ist natürlich ein altbekannter Skin und ich muss auf jeden Fall dazu sagen, dass ich ihn damals sehr gerne gespielt habe, mittlerweile ist er aber irgendwie ein bisschen irrelevant für mich geworden. Dino-Kommando ist auch ein ganz geiler Skin, finde ich auch übelst cool, das Rückmauersessor ist jetzt nicht so fresh, aber habe ich auf jeden Fall früher sehr gerne mitgespielt. Die Spitzhacke beispielsweise, kräftiger Biss, ist mega cool, finde ich auf jeden Fall übelst fresh, denn die Spitze, beziehungsweise hier das Maul von der Spitzhacke bewegt sich auch, das ist halt natürlich mega geil und der Gleiter ist auch richtig cool eigentlich. Dann haben wir hier auf der rechten Seite die Einsatzleiterin seit einer sehr langen Zeit wieder erhalten. Ich will jetzt nicht lügen, wie lang, aber ich würde sogar sagen, dass sie jetzt ein, zwei Monate nicht im Shop war. Bei der finde ich jetzt aber cool, Freunde, dass man den Kopf abnehmen kann und das ist natürlich mega geil, das kann ich euch natürlich nur ans Herz legen zu gönnen. Ich finde die Dame hier ohne Maske übertrieben fresh und das Rückmauersessor ist auch mega geil, umso mehr Schaden ihr macht, umso höher ist die Anzeige dann gestellt oder umso mehr Kills ihr macht. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, es ist, wenn man Schaden verursacht. Dann haben wir nochmal hier den Würfelgleiter für 500 V-Bucks am Start, war eigentlich auch schon vor einiger Zeit da, ich weiß jetzt nicht, warum er erneut da ist, aber ich finde ihn eigentlich ganz cool und ganz schlicht. 500 V-Bucks gehen hier auch vollkommen in Ordnung. Wir haben dann Todesthal als Spitzhacke für 1500 V-Bucks, die macht halt so komische, ja, so Quietschgeräusche, wenn man damit schlägt. Und Freunde, ich hatte ihn mir damals aus Versehen gekauft, aber mittlerweile finde ich die Spitzhacke echt eigentlich ganz cool. Dann haben wir nochmal hier Cheerleading als Amount für 800 V-Bucks, ist jetzt nichts Besonderes, aber ja, ist einfach okay, Freunde, mehr kann man dazu nicht sagen. Heute neu haben wir eine Lackierung erhalten und zwar Einsatzmuster für 300 V-Bucks. Wir wechseln einfach mal das Modell, schauen uns das Ganze mal an, also auf der AR sieht schon ganz cool aus, auf der Pump eigentlich auch. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine ganz okay Lackierung, also es ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde es eigentlich ganz cool und es wird sich hier auf jeden Fall safe gegönnt. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Dann, Freunde, haben wir nochmal einen neuen Emote am Start und zwar Tambor Major, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. What the fuck? What the fuck? Okay, ah, man kann sich auch hier mit dem Emote bewegen, what the fuck? Lol, also Leute, das ist ein heftiger Emote, der wird sich hier safe gegönnt, mit Herz sogar. Oh Mann, Alter, ist geil auf jeden Fall, also wirklich der Shop von heute geht ganz in Ordnung. Zwei neue Sachen, einmal hier die Lackierung und einmal den Emote, finde ich ganz in Ordnung, kann man sich soweit geben, ist auf jeden Fall was ganz cooles. Soviel zum neuen Shop, Freunde, schreibt mir gerne mal natürlich unten in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt, beziehungsweise wie ihr den Emote findet. Und jetzt switchen wir mal ganz kurz und knackig rüber in den Ready-die-Welt-Modus und checken dort dann nochmal ab, was wir erhalten haben. So, Leute, in Ready-die-Welt haben wir heute das Lama, äh, Herden-Lama erhalten. Für, ähm, satte 400 V-Bucks finde ich jetzt nicht so cool, also würde ich euch jetzt nicht ans Herz legen. Dann haben wir heute auf der linken Seite derweil keine interessante Neuerung erhalten. Auf der rechten Seite ist der beste Skin ever am Start und hier auf jeden Fall ein Sperr, sieht eigentlich ganz cool aus. Was er genau macht, kenne ich mich jetzt nicht aus, Freunde, da müsst ihr euch dann selber, ähm, informieren. Aber, aussehen tut er ganz cool, kann man sich eigentlich schon geben. Und ansonsten auf der rechten Seite gibt es nichts weiter Interessantes. Soviel hier zum Shop, schreibt mir gerne unten rein, wie es euch gefallen hat, Freunde. Ich würde mich dann hier an der Stelle verabschieden und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Leute, haut rein, geht in die Flow, euer Friends. Check in with me, and do your job. Let's put the bed, and give me head. Don't have to ask, don't have to beg. Juicy in my name, sex in my game. Let's fuck a boy, let's run a drink.